In einer weiteren Folge von Worms Revolution mit dem Mikey LP und dem Sax Bugs und mir, dem Yugi. Viel Spaß. Hi. Moin, Leute. So, willkommen. Und wenn man sich jetzt gegen Anheide. Also machen wir jetzt wirklich nur mit den grünen Granaten oder was? Schlimmer geht es oder so? Mit alles, was eine Granate ist. Okay, alles mit einer Granate. Jetpack darf man auch nutzen. Ja, Jetpack darf man keine Stalten. Außer, klar. Jetpack und Granate. Ja, das ist selber gedrückt. Ja. Wow, nur 3, schau. Ich mach mal anders. Holli, das kann ich nicht benutzen. Doch, kannst du auch so. Kann man noch nicht benutzen. Ach so, kann man noch nicht benutzen, aber dürftest du. Sieht auch, von der ist ja auch eine Granate, ne? Roll die Granate. Tschüss, Carly. What the? What the? What the? What the? Why do you do not use water? Guck mal, hier unten. Kann man so schön wegspülen. Oh, get you! Ach, scheiße. So, bin ich dran, huh? Also, ich bin jetzt in Sicherheit. Also, ich bin jetzt in Sicherheit. Äh, das ist gut. Granate, sagt ihr. Hm. 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 Ach, du scheiße. Wie? Aber an der ist auch Granate, gell? Und dann ist auch Granate, gell? Woa! Molotow-Kog, der zählt auch als Granate, ne? Ja, klar. Hat sich selbst angefeuert. Minus 2. Okay, das macht voll wenig Damage. Der macht einen großen Flächenschaden oder sonst. Jetzt die Spiele. Dann muss ich es schauen. Aha. So, wo ist denn hier noch einer von mir? Da hinten sind noch zwei. Oh mein Gott, die stehen alle tot tot. Achso, und sobald 1 gegen 1 ist, darf man alles benutzen. Oder? Ja, sonst wird es halt zu problematisch. Aber da muss erstmal der Sebi oder der Yugi oder ich komplett weg sein. Nur 1 gegen 1. Ja, ja, ja. So. Hey, das war keine Granate, Yugi, Sebi. Doch. Das war eine Granate. Nein, Dynamit ist keine Granate. Jetzt. Doch. So. Der Sebi schummelt. Hey. Ja, ich hab ja das auch gelernt. Nein. Okay. Ich hab das gerade vorher. Nein, nicht dein. Warum hast du denn nochmal gedrückt? Wie gedrückt? Ja, halt, dass du fliegst. Ready. Jetzt Mikey! Komm. Ach du Scheiss! Was ist das? Da weh ich gar nicht hin. Da hätte ich mal die Benzinbomben nutzen müssen. Ja, ja. Hast du keine mehr? Nein. Nein. Nein! Ja. Ha 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 ha. Ja. Ja. Ha ha ha. Gut gehabt. Ja. Ja. Ja, tschüss. Der haut einfach ab. Super. Ach so, teleport dürfen wir auch. Jetpack und teleport. Und die Seile auch. Und die Seile auch. Ja, die Seile auch. Ja, die Seile auch. Ich hab wahrscheinlich... Fehl lange gemacht! Mach mal schnell, 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 schnell. Ich find den Zombie geil, deiner Waschmaschine. Das ist ja immer der Kipp, ey, bis dein Leben. Ach so, Yugi. Obwohl, ne warte. Und was war's jetzt? Aber ich muss weg da! Ich weg da! Eieee Hallo ihr beiden Yugi, ich finde ja oft, dass er für den Fehler vom Zebi, sollte er bestraft werden, ne? Ja Wie geht's? Was? Ja, du hast einen Fehler gemacht, dafür wäre er bestraft Ey, ich hab gesagt, Alter, das ist gute Passierung, oder? Ich hab gedacht, dass er alles aufgelandet hat Du wirst jetzt bestraft für deinen... Ja, wow Ja, wow Ich bin betroffen Drei Stück von dem Das ist doch cool Ja, ich dachte erst, ich bestraft ihn mit dem Luftangriff, aber das wäre zu toll gewesen Mit dem Luftangriff direkt, wegballern Ja, aber ne, wir machen jetzt immer noch mit Granaten Obwohl, der Yugi darf den Zebi auch noch mal bestrafen Ey, das finde ich nicht okay Tschüss Alter wie alle meine Würmer da jetzt rumstehen Ho Macklick Können Na, du kannst ihn hier verlaufen, dann ist das weg, warum! ja aber das zählt nicht als granate eigentlich schon oder zählt der wasser aber mal als granate nee ok nicht getroffen leider daneben aber die banane zählt als granate ja die banane ist eine banane und keine granate sonst wird sie ja granate heißen oder bananen mal sehen trickshot oh die ist böse und super treffer alter direkt zwei weggemuscht ja leider nur eine andere hat noch 100 drach eben der recht sicher an dir oder die stehen alle voll auf die holi drück kann man drücken dann explodieren oder was ach das geht nicht oder was ne die kann man nicht die exotiert nur wenn sie liegt wenn sie nicht mehr rollt das kommt der füße sollen komm ich hinweg scheiße das ist keine kanate ne 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 rote immerhin ist er da unten weg er hat er hat drück immer zu kurz hier hat noch ein jetpack ich hab alle noch